Moin! Hier befinden wir uns mitten in der Country Energy 2027. Diese Mischung besteht aus 100% deutschen Weidelgras, aufgeteilt im späten und mittleren Deutschweidelgras. Besonders für diese Mischung ist das Qualitätssiegel Milchindex. Bedeutet, diese Mischung besteht aus Sorten mit sehr hoher Verdaulichkeit. Das ist einzigartig. Doch woran erkennt ihr eigentlich das Deutschweidelgras? Das ist relativ einfach. Das Deutschweidelgras hat eine rote Halmbasis, eine glänzende Blattunterseite und die Blattanlage des jüngsten Blattes ist gefaltet.